Wer ist Chiara? Das ist die 15er oder so. Zweitens ist die irgendwas von Sidney. Bekannter irgendwie. Chiara, damit spielen ich nicht. Danke, Edi. Jetzt geht das schon wieder los. Ich hab's dir schon tausendmal erklärt. Erstens. Zweitens hatten wir keine Spieler. Ich hab immer die Probleme, Chad. Ich hab immer die Probleme. Ich geb dir ein Timeout. Ich sag dir so, wie es das ist. Ich geb dir ein Timeout. Edi, der Alkopp. Ich hab's dir schon tausendmal erklärt. Tausendfünfhundertmal. Du darfst Skrubble mitspielen. Skrubble darfst du noch mitspielen. Skrubble darfst du noch mitspielen. Skrubble darfst du noch mitspielen. Außerdem hasse ich es. Also wirklich, da würde ich einen Nervzusammenbruch bekommen. So ist das. Es ist schon schlimm. Also Skippo, ich weiß, Freunde, die Frau ist ein Brode in der Vulkan. Ja. Ihr denkt, die ist... Wisst ihr, wie die schummelt in Skrubble und so eine Scheiße? Es steht 27 zu 23. Sie hat 27 Mal gewonnen, nicht 23. Sie ist so eine krasse Schummlerin. Das glaubt ihr gar nicht. Fritisches Temperament, sagst du, das ist gar nicht schlecht. Du bist einfach schlecht, mehr nicht. Du weißt selber, was kommt, ne? Du weißt selber, was jetzt kommt, ne? Ey, ich hab dir schon acht Timeouts gegeben. Achso. Acht Timeouts. Die Frau merkt's nicht. Beim 10. klickst du einen Stripe und dann suche ich mir eine neue Freundin und die kriegt VIP. Was ist denn? Ey, wieso ist sie nicht weg? Er freut sich, warum ist die Frau nicht weg? Was ist denn? Timeout. Achso, hier, Timeout. Timeout versetzen. Lass mal durch, Lass mal 99 Dankeschön für deine 5 Verscheidung. Ich hab ein Disco-Den-Kanzier! Du kriegst nicht mal ein Teil mehr drin. Nein!